elektromagnetische induktionen magnetismus und so weiter habt ihr schon mal ein elektroschocker gebaut mit ganz einfachen möglichkeiten leute egal schaut mal hier oben hin hier wichtig da erscheinen jetzt schon links und ich rede jetzt noch ein kleines bisschen weiter so viel geduld damit dann hier überall die links erscheinen darum geht es mir nur das ist also praktisch für alle klassenstufen man kann sich dann die entsprechenden sachen nur magnetismus oder 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 transformator und alles aussuchen ich hoffe dass die links jetzt hier schon sind und ihr könnt dann zu den einzelnen themen wie gesagt alle klassenstufen ist was dabei na denn